Ja, huhu, hier wieder Rem Kuali und wir spielen wieder eine Runde Magic Duels Origins und sind jetzt hier gegen ein bisschen komisch mit dem Typ hier dran. Aber es genügt nicht nur die Pläne einer Seite zu kennen. Die Sphinx braucht geheime Informationen von beiden Seiten, um erfolgreich schlichten zu können und sendet dich erneut aus. Na, schon wieder. Du triffst auf mehr Truppen, als du erwartet hast. Das Lager muss hohen Besuch haben. Das erschwert deine Mission. Dafür wirken bei Erfolg, äh, winken bei Erfolg noch viel nützlichere Informationen. Ja, alles, es geht alles um Informationen hier. Wäre aber ein weißes Deck, wenn man ganz nett, grün ist. So, wir haben ohne Ende Mana, vier Mana. Wir haben Traumwesen, wir haben Phantomkrieger, wir haben Drachen. Kann man behalten, glaube ich. Ich bin immer noch so ein bisschen, äh, gezittrig vom letzten Match, weil es ja echt spitze auf Kopf war. So, weißes Mana. Okay, ich habe ja eben gewünscht, irgendwas Weißes zu spielen. Beware what you wish for. Oh, es bleibt dabei. Ich finde diese Kampagnen-Dinger, also die, äh, es gibt Cooleres. So, der Phantomkrieger oder das Traumwesen? Hm, ich entscheide mich für das Traumwesen, weil es der bessere Blocker ist. Ich habe so ein bisschen Schiss von dem, was bei Weiß kommt. Was kommt denn da? Eine 1-1-Soldat. Ja, okay. Das hätte auch der Phantomkrieger hingekriegt. Wobei, der soll ja eher angreifen anstatt Blocken. Mehr Mana ist okay. Aber wir spielen jetzt nicht den Phantomkrieger, sondern wir spielen den Traumdrachen. Weil der eine ordentliche Bedrohung für den Gegner ist. 5-5 fliegend. Wir greifen auch an, weil der ist ja jetzt nicht so einschüchternd hier. Wobei man bei Weiß auch immer ein bisschen aufpassen muss, äh, auf Verzauberungen, die der Gegner halt hat. Besonders in, ähm, diesem Spiel gibt es sehr, sehr starke weiße Auren. Und ich schätze mal, dass der Gegner auch damit spielen wird. So, 2-3-Erstschlag. Wenn der ins Spiel kommt, kann man die obersten 4 Karten der Bibliotheken aufdecken. Nimm alle Soldatenkarten, die auf diese Weise aufgedeckt werden, auf die Hand und lege den Rest der Karten in eine beliebige Reihenfolge unter die Bibliothek. Okay, also es wird wohl eine Masse-Soldatendeck sein hier. Ehre der Reihen oder sowas könnte dann auch so sein. Ruhmsucher, okay. 3 Länder. Das heißt, schon mal 3 Länder liegen schon mal unter seiner Bibliothek. Das ist schon ganz ordentlich. So, die Sphinx. Die hat uns noch letztes Mal ganz gute Dienste geleistet. Die können wir wieder spielen. So, und dann Traumdrachie. Erledige deinen Job. Alle Soldaten, die du kontrollierst, hatten plus 1, plus 0. Ja, solche Karten habe ich jetzt erwartet. Ich mache die ganze Sache natürlich jetzt um einiges unangenehmer. Eine 3-3er greift an. Den lassen wir durch. Noch ist das jetzt nicht so bedrohlich. Ich schätze mal, das wird noch viel schlimmer. Der Ruhmsucher kommt auch noch. Das ist auch ein 3-3er. So. Du schmeißt mal bitte wieder Karten ab. Sehr gut. Ein Land ist immer gut. In diesem Stall. So, wollen wir den Phantomkrieger spielen, aber wollen wir den Separatisten spielen und ihm was wegbouncen. Können ihm den einen hier wegbouncen, aber das bringt uns jetzt gerade noch nichts, weil er spielt den einfach wieder aus. Daher greifen wir erst mal mit dem Phantomdrafen an. Da ist der Traumdrafen, nicht Phantomdrafen. Und spielen den Phantomkrieger nach draußen. So, schauen wir dann mal, was der Gegner so macht. Der Gegner greift an für 9 Schaden. Hält einen Blocker zurück. Und das heißt, wir haben gewonnen letzte Runde. Wenn er jetzt nicht noch einen Extra-Blocker danach spielt, wir überspringen den Block und hoffen, dass er nicht noch eine Kreatur rausspielt. Wenn er keine zweite Kreatur rausspielt, haben wir gewonnen. Wir spielen Land. Ja, wir haben gewonnen. Ich schmeiß mal Karten ab. Ich spiele eine Insel. So, er hat jetzt einen Blocker. Den bouncen wir eben auf die Hand zurück. Geh weg! So, das heißt, wir haben hier 9 Schaden. Oh, und wir sind so blöd. Okay, wir hätten so oder so nicht gewonnen. Weil das den Engelsspruch hier hat. Erbarmen des Engels. Ja, gut, das... Ja, gut. Da wäre ich mir jetzt noch blöder vorgekommen, wenn ich jetzt angegriffen hätte. Und so habe ich uns jetzt ein bisschen im Spiel gehalten mit dem Miss-Klick. Immer wenn er eine andere Kreatur... Ja, okay, das kann ich auch. Ach, ja. 15 gegen 8 ist allerdings jetzt schon ein bisschen fies. Aber wir haben noch einen Traumbrachie. Das ist gut. Traumbrachie! Ja, wir können es momentan nicht leisten, anzugreifen. Wir präsentieren nur... ...12 unblockbaren Schaden. Und wenn er noch mehr von diesen Ich-Krieg-Leben-Karten hat, dann ist das nicht so gut. Allerdings ist die Armee, die der da hat, schon ziemlich fies. So, Land. So, weiter. Einmal für mal springen. Bin gespannt, wann er zum Angriff übergeht. Ich schätze mal, der wartet noch auf den... Ja, er kriegt wieder Leben. Okay. Hat er also doch noch so ein Ding auf der Hand. Ist jetzt wieder über 20. Das heißt, der ganze Trott, den wir ihm da am Anfang reingedrückt haben, war umsonst. So, da kommt ein 3-2-er vorbei. Und das ist sogar einer, den wir gerne tot sehen würden. Hm. Das macht er nicht umsonst. Der muss einen Verstärkungszauber auf der Hand haben. Jetzt überlege ich mal kurz, was gibt es im Weiß für Verstärkungszauber? Plus 1, plus 1 für jede Ebene vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, er könnte den zum Aufpumpen zu einer 10-9er. Das heißt, wenn ich den mit beiden Traumdrachen blocke, dann wäre der tot. Mach ich mal. Ich gucke mal, was er hat. Plus 2, plus 4. Okay, das wird ihn nicht retten. Mein Traumdach geht aber eher auch. Das war wichtig, weil der hat die ganzen Soldaten- Nee, stärker gemacht. So. Das ist ein 5-5, Montan. Hm. Für 1. Aber er hat so viel Leben gerade und ist eine starke Bordpräsenz. Das heißt, das heißt, wir gehen wieder den Weg. Wir wollen ihn, ähm, millen. So, eine von den Karten können wir abschmeißen. Wir schmeißen das Blatt Wenden ab. Und lassen ihn abschmeißen hier. Und spielen das Traumwesen, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses Traumwesen. Ja. Ja, Jace ist Traumwesen. 5-5 Fliege. Ja, er kriegt wieder Leben, aber das juckt uns momentan jetzt nicht mehr, weil wir haben die Möglichkeit, ihn anders zu töten, als durch seine Lebenspunkte. Was ein bisschen Sorgen macht, sind halt nur die 8 Leben, die wir hier haben. So, er hat schon wieder einen nach vorne schickt, und zwar einen mit Erstschlag. Hm. Könnte nochmal plus 2, plus 4 haben, dann hat er 7. 2, 4, 6. Können wir eben hier machen. Außerdem hat er Erstschlag. Was hatte das eben gemacht hier? Plus 2, plus 4. Hm. Wir machen das wieder. Wir blocken mit beiden. Da. Gucken, ob, das könnte jetzt natürlich total schief gehen. Nein, geht es nicht. Wir behalten sogar unseren beiden Starken. So, er schmeißt wieder ab. Wir haben ein Land gezogen, das werden wir erstmal auf der Hand behalten und nicht ausspielen. Weil wir wollen ja hier Restmarkt das wieder aktivieren. Gut, dann schmeißen wir doch lieber die Insel ab, anstatt den Magier. Lassen ihn wieder abschmeißen. Und spielen den Magier aus. Ja, dieses Spiel haben wir, glaube ich, im Sack. Also, wir haben auch eine gute Bordpräsenz. Aber die Lebenspunkte müssen wir nicht, glaube ich, gewinnen. Müssen wir nicht. Ja, siehst du, er hat schon das vierte Mal, dass er sich Lebenspunkte dazu geholt. Boah, dann ist uns relativ Wurst. Wir gewinnen darüber, dass wir ihm seine Bibliothek leiden. So, hier wieder zwei Karten, bitte weg. So, dann werden wir eine Karte ziehen mit er. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, wir spielen das Land aus. Wir können auch hinten dem nochmal eine Karte ziehen. Und schmeißen das Land ab. Und er darf nochmal zwei Karten abschmeißen. Angriff überspringen wir. Ach, wir haben kein Land mehr, um das Traumwesen zu spielen. Sondern brauchen wir auch nicht. Das ist die letzte Runde, in der er was machen kann. Er hat nur ein Land gezogen, kein Problem. So, er schmeißt erst mal zwei Karten weg. Dann ziehen wir eine Karte. Und er schmeißt nochmal zwei Karten weg. Und wir haben gelaufen. So, für den Fall der Fälle spielen wir nochmal ein paar Blocker raus. Genau, nochmal eine Karte ziehen. Für vier gleich. Angriff überspringen, er ist dran. Kann keine Karte ziehen, die gewinnen. Weiter. Und der Deck wurde nochmals aufgeleert. Du kümmerst dich um die Wachen und warnst dir deinen Weg zum General, der das Lager besucht. Du dringst in seine Gedanken ein und erfährst alle Details zu seinen Schlachtläden. Aber dann gehst du noch weiser. Du siehst dir deine Erinnerungen an und siehst ein Treffen. Deinem Informanten. Sein Anlitz ist dir wohl bekannt. Es ist dein eigenes. Okay, gruselig. Gruselig. Sie hat dir sogar verheimlicht, dass du ein Planeswalker bist. Als du sie konfrontierst, lässt es sie einen zerstörerischen Gedanken angrifflos. Also müssen wir jetzt gegen die Sphinx noch einen verdämpfen. Aber das erst in der nächsten knuffigen Folge von Magic Duals Origins bei Koali. Bis dahin, Herr Fung. Tschüss. Bis dahin, Herr Fung. Bis dahin, Herr Fung.